Das war's! Das ist so! Wer? Komm! Ich wollte es hier undercover machen und dann werde ich gleich entdeckt beim ersten Gegner. Schießt das Geschütze auf die? Geile Scheiße! Verrückt, was beim Morgen passiert ist. Angeblich hat jemand Skelter und seine ganze verdammte Bande umgelegt. Im Ernst jetzt? Ja. Gerüchten zufolge gibt es keine Überlebenden. Oder auch zeigt, dass jemand diesen Mistkerne erledigt. Ganz deiner Meinung. Aber jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht die Nächsten sind. Also Augen auf, okay? Okay. Dann haben wir viel Glück, Leute! Viel Glück! Ich bin schon da! Scheiß Statuen! Ich bin schon unterwegs, um euch abzuschlachten. Gehen! Visibel! Pillar! Gehen! Maltese! Nö! Overrun! Das wär's! Turmsteuerung! Hm! Was zum Teufel war das? Was zum Teufel war das? Die hören uns! Die hören uns! Die können die uns hören! Ich schleiche die ganze Zeit! Wir voller James Bond hier und dann! Das geht raus bestimmt, oder? Geschafft! Nein! Ich wollte da nicht rausgehen! Ich wollte es nur noch knacken! Ich bin extra zurückgelaufen! Blödes Spiel! Hat mich verarscht! Ich wollte es verarschen, aber es war zu schlau für mich! Also hat es mich verarscht! Ich bin extra zurückgelaufen! Wie jung? Nein! Wieder rein! Aha! Jetzt komme ich von hinten Leute! Ich komme dreckig von hinten! Alter! Was mit dem passiert! Ich bin immer so aufgedreht nach einem Kampf! Tja, du bist erledigt! Oh Scheiße nein! Oh Scheiße nein! Tod! Level 36! Bajonett! Rackenwerfer mit Bajonett! Irgendwas nützliches! Bli 없이! Das ist scheiße! Es ist kaputt! Ich muss sie wieder zurück. Und die Leidendung! Wau! Es sie nicht! Es wird wieder zum 18. Und es leidig! Es ist nur ein ganzes, das... scheiße so sehr gut das wäre es und so das ist aber ich habe nichts zum die gehen noch starker und hier ist aber mal nichts ja dann nehme ich doch den aufzug kaum kombi wird sich alles klar irgendjemand wird da gerade zerschossen ja ja kommst du mir mal stärke ein bisschen mehr tragen nach mehr schaden ich habe mich die die hier angriff die geschützt haben und oben nicht was bei euch anders ein berührt haben sie zwar aus dem büro ok protector steuer und turmsteuerung ok haben die idioten das angemacht und dann erst mal gekriegt was gibt es hier schönes was gibt es hier schön das ist ein safe kaputt weiter geht es weiter geht es das ist nur ein ausgang einkaufszentrum dach so komme ich immer am dach raus egal wo ich reingekommen hier oben raus alle wege führen zum himmel was will mir der spieler wird eigentlich sagen was 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 weg da gott sei dank kommt auf eine todeskralle wo wie kommen die aufs dach hier verlaufen ich bin ganz ohr dass uns an ich bleibe auf dieser position lala ich sage was macht der garten hier auf dem dach ist ja ganz witzig aus da unten war ich ich habe das ding hier hochgekrabbelt oder was was soll ich da runterfahren soll ich da runterlaufen mal ich habe ja was im auge das belästigt mich gerade da ich wollte den zug da wollte bin ich jetzt das ist meine aussicht oder wir müssen hoch gott blöde ich habe mich erschrocken die planke mit die matrose die 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 sind die 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 so hier scheiße absichtlich gleich habe ich es besser ist sonst darunter zu fallen haben sie kein bettchen wo ich nicht machen kann da ist open da war ich drin oder ja da war ich drin hier war ich nicht drin das ist das fette gebäude oder ja noch ein paar raider hier in die fetten gebäude und dann was ein gelungener abend für mich für die raider was heiße was ist passiert wenn ich das schon sehe schaut mal ja das wird wohl die nächsten vier folgen dauern kundendienst terminal gucken wir mal mal die mich suchen meine rechnung bezahlen neue konten fehlerbehebung firmengeschichte service status das brauche ich alles nicht so verweilen ich habe sie gefunden oh no du bist echt am arsch vater das weiß ich nicht kein grund zur sorge kommt ihr auf einmal her und auf einmal waren sie da und haben geschossen ich wollte hier doch an der cover durch die hat mir die ganze tour versaut gibt es hier was schönes lalala da drin könnte sich alles mögliche verwerben wo im tisch oder was ah da ist ein safe ich bin auch ein idiot wieso bewege ich das nicht bin ich zu dumm dafür jetzt oder was so es geht doch so es geht doch ich habe doch ein chef die falle chef kelle alter verwalter ist das hoch aber so ich habe mich von dem aufzug ich muss die karte finden aha schon habe ich wieder ein ziel dieses terminal ist mein ziel erneuert weiter zwei feeling wo es weiter noch mal machete 0 fack so special krus healing keeping auch nicht weil ich ein idiot bin so jetzt noch mal oberan oder 2 jetzt konzentriere ich kommt konzentration krafted du against mystery try die 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 t y ist gleich weiche einträge entfernt fahrscheinlich fernkommen wir versuche wieder herstellen versuche wieder herstellen games ja unternehmen der sicherheit turmsteuerung ersten ziemlich als gar nicht da geht es in den ersten stock gott ihr habt ihr einfach nicht getroffen ich dachte das sind keine mehr auf der gegner alter zum glück war ich geduckt ach du heilig hat das ja noch mehr